Bei der Vorstellung, dass ich diesen Potter wiedersehen muss, kann ich mich übergeben. Ich weiß. Nein, das weißt du nicht. Ganz ruhig, Marybeth. Er hat gesagt, Harvey ist vermisst. Vermisst. Ich hab gehört, was der Käpt'n gesagt hat. Er ist vermisst, das heißt, er ist tot. Nein. Wer ist denn bei dir? Muriel. Und Mr. Zibisky. Wer? Mein Vater. Und ich weiß nicht, wie ich je wieder eine Frau darum bitten soll. Auszusagen gegen den Schweinehund, der sie vergewaltigt hat. Wenn ich nicht den Mut habe, selbst durch diese Hölle zu gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Ist das konservativ genug? Du siehst sehr gut aus. So förmlich. Das ist hoffentlich das Richtige. Weil du weißt, wie ich aussehen sollte. Und so, wie ich mich fühle, könnte ich genauso gut nackt ausstehen. Ich weiß. Bei der Vorstellung, dass ich diesen Potter wiedersehen muss, könnte ich mich übergeben. Ich weiß. Nein, das weißt du nicht. Aber es ist schon in Ordnung. Auf jeden Fall handelst du richtig, Christine. Das weiß ich. Und du weißt es auch. Ja, ich denke schon. Aber ich habe Angst. Mir schlägt das Herz bis zum Hals und meine Hände sind wie Eis. Oh. Und das Rezept. Sergeant, ich freue mich, Sie zu sehen. Wieso riecht es hier so nach einer Verschwörung? Sergeant, ich habe mich nur mit Mr. Gordon unterhalten. Sie haben doch bestimmt heute früh die Zeitungen gesehen. Wirklich eine Schande, wie die Presse mit diesen Dingen umgeht. Wann Mr. Potter sein Foto etwa nicht gut? Hat Ihnen denn Ihres gefallen? Vielleicht sagen Sie uns, worauf Sie hinaus wollen, Mr. Nettles. Das wissen Sie doch. Unser Angebot gilt noch immer. Sie dürfen uns eines kleineren Vergehens anklagen. Wir müssen daran, wie viel Dreck ich sonst kenne, hört sich das wie ein Geständnis an. Sergeant, dies hier ist Ihre absolut letzte Chance, einer Menge großer Peinlichkeiten zu entgehen, mit denen ich Sie mit Sicherheit konfrontieren werde, sobald Sie das Gericht betreten. Sie sind unsicher. Und Ihre Aussichten sind gleich null. Das werden wir sehen. Wollen wir? Ich wünsche dir viel Glück. Danke, Mary Beth. Wieso wollen Sie denn Sam Nils so lange da drin haben? Ich stehe ganz gerne mal vor Gericht. Da bin ich wenigstens von der Straße. Ich kann das nicht leiden. Die tun immer als wimmern blöd. Victor, setz dich. Du machst mich nervös. Wie soll er nicht jetzt weiß, wieso er mich nicht ins Kreuzfahrer nimmt? Er hat was vor. Sie haben recht. Er baut sich ja erst im Verteidigungsbläuier ein. Er hat ganz schreckliche Augen. Sie sehen aus wie die von Charles Bourdier. Der aus Gaslight. Wie er Ingrid Bergmann davon überzeugen will, dass sie die Verrückte ist. Entschuldigen Sie, ich muss noch mal in die Kanzlei. Ich bin um Viertel vor wieder da. Ich bin um Viertel vor. Der Bericht ist noch unbestätigt. Was ist denn passiert? Es soll ein Hubschrauber abgestürzt sein. Und das musstest du unbedingt erzählen, ja? Noch dazu unbestätigt, Marybiss. Es sind tausende von Jungs, die da leben. Ja, ganz recht. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass Harvey Junior so glücklich ist wie ein Schwein in der Pfütze und mit schwerem Gepäck durch den Schlamm. Du hast bestimmt recht. Ich rufe an und prüfe es nach. Ich werde auch Harvey gleich anrufen. Wenn er die Nachrichten gesehen hat, macht er sich Sorgen. Jetzt hören Sie mal zu. Jetzt hören Sie mal eine Minute zu. Vermittlung. Es ist eine Militärbasis. Die haben da hundert Telefonanschlüsse. Und ich versuche es jetzt seit genau elf Minuten. Die können doch nicht alle besetzt sein. Aha. Aber... Aha. Ja, vielen Dank. Ich... Ich danke Ihnen vielmals, Sir. Ja. Hä? Ja. Ja, ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag. Ja, mein Schatz. Also, ich komme nicht durch. Hast du was erreicht? Ja, ja. Ich habe gerade aufgehängt, Marybiss. Hast du Harvey Junior erreicht? Harvey Juniors Einheit gehört jedenfalls zu denen, die an dem Manöver teilnehmen. Und was sagen Sie über den Unfall? Sie bestätigen, dass ein Hubschrauber vermisst wird. Sie wissen aber noch nicht genau, zu welcher Kompanie die Jungs gehören, die an Bord waren. Was ist denn das für eine Organisation bei denen? Ruhige dich, Marybiss. Es sind eine ganze Menge Kompanien im Einsatz. So wie es aussieht, hat es einen Sturm gegeben. Und da haben sich die Jungs in alle Himmelsrichtungen verteilt. Und dann haben einige den Funkkontakt verloren. Und jetzt weiß man nicht genau, wer es ist. Und wann werden Sie es wissen? Das können Sie nicht sagen. Ich rufe Mama an. Die kann Alice abholen und ich bleibe in der Zeit am Telefon. Ich liebe dich, Marybiss. Ich liebe dich, Harvey. Geh doch lieber nach Hause, Marybiss. Wir kommen hier auch ohne dich klar. Harvey weiß, wo er mich erreichen kann, wenn er was hört. Ich lasse Sie als Erste in den Zeugenstand rufen. Bleiben Sie in der Nähe. Kommen Sie, Sergeant. Wir müssen uns setzen. Danke, Marybiss. Solche Sachen kommen nun mal vor. Es geht ihm gut. Bestimmt hast du recht. Ich danke Ihnen, Detective Lacey. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Mr. Nettix? Nun ja. Sie haben uns eine sehr, sehr interessante Geschichte erzählt. Es war die Wahrheit. Hm. Seit wann arbeiten Sie mit Sergeant Cagney zusammen? Seit acht Jahren und drei Monaten, Sir. Polizeikollegen stehen doch füreinander ein, nicht wahr? Was unsere Arbeit angeht, auf jeden Fall. Und Sie gehen miteinander durch dick und dünn. Der eine schützt den anderen, wenn Lebensgefahr besteht. Sie würden doch alles für Ihre Kollegin tun. Einspruch. Die Frage ist zweideutig und zudem unklar. Stattgegeben. Wissen Sie noch, wann Sie zuletzt für Ihre Kollegin gelogen haben? Einspruch. Stattgegeben. Selbstverteidigung und Nahkampftraining gehören zur Ausbildung, die alle Polizisten durchlaufen. Und da müssen Frauen denselben Standard erreichen wie die Männer im Hinblick auf die körperliche Geschicklichkeit. Ist das korrekt? So viel ich weiß, ja, Sir. Haben Sie und Sergeant Cagney diese Geschicklichkeit während Ihrer Zusammenarbeit einsetzen müssen? Ja, Sir. Aber es ist von Situation zu Situation verschieden. Wir müssen die Lage jeweils neu beurteilen. Wir wurden aber schon mit kräftigen Männern fertig, die sich einer Festnahme widersetzten. Wir sind ja auch gewöhnlich zu zweit und bei der Arbeit tragen wir unsere Waffe. Ah, das ist ein guter Punkt. Sergeant Cagney hat ausgesagt, dass Ihre Waffe sich in einem Schrank befand, nur wenige Schritte von Ihrem Bett entfernt. Nehmen wir an, sie wurde wirklich vergewaltigt. Haben Sie sie je gefragt, warum sie die Waffe nicht benutzt hat? Wir haben Anweisung, jede Situation... Würden Sie bitte meine Frage beantworten. Nein, Sir, ich habe sie nicht gefragt. Sie hat gesagt, wir können... Danke, damit ist meine Frage beantwortet. Keine weiteren Fragen mehr. Sie dürfen jetzt den Zeugenstand verlassen. Es tut mir so leid, Chris. Ich suche was doch tun. Mr. Gordon. Ich fahre jetzt lieber nach Hause zu Hause. Ja gut, ich rufe dich nachher an. Viel Glück. Dir auch. Dr. Simon Kingsley, bitte. Hallo? Schatz, ich komme jetzt nach Hause. Ist gut, Marybess. Harvey? Was ist? Ich höre doch in deiner Stimme, dass was los ist. Ja, es ist immer noch Sturm. Und Sie wissen noch nicht, wo alle sind. Und Sie können den Hubschrauber noch nicht finden. Und Sie wissen auch nicht, ob Harvey mit drin ist. Aber Sie wissen, dass Jungs von Harvys Kompanie hinfliegen. Okay. Das ist okay. Ich bin schon unterwegs. Oh mein Gott. Und selbstverständlich haben alle Tankstellen des Landes auf die gestrige Preiserhöhung des Rohöls reagiert. Michael, ich kann nichts sehen. Kannst du dich zur Großmutter setzen? Komm, mein Kleiner, komm her zu mir. Noch wichtiger allerdings sind die Fragen nach dem längerfristigen Trend. Viel dürfte dabei... Harvey, stell doch mal einen anderen Sender. Nein, wir haben nur noch von... Das sind die einzigen landesweiten Nachrichten. Die anderen berichten nur über Lekares. Wer interessiert sich denn jetzt dafür? Und Harvidein im Fernsehen? Nein, das glaube ich nicht, Michael. Wir wollen nur mal abwarten, ob Sie was über den Unfall sagen. Schatz, was ist da mit der Fernbedienung aus? Ich denke, sie ist repariert. Ich mache auf. Nein, nein, ist schon gut. Ich gehe. Setz dich. Ma'am, sehen Sie Mrs. Harvey Lacey? Ganz ruhig, Marybeth. Er hat gesagt, Harvey ist vermisst. Ich habe gehört, was der Käpt'n gesagt hat. Sie können die Absturzstelle nicht erreichen. Und niemand weiß genau, was mit Harvey ist. Das ist alles, Marybeth. Du sollst nicht was hinzufügen. Das Wasser ist nicht heiß genug. Auf diese Weise wird das Geschirr nie im Leben sauber. Marybeth. Ich habe gedacht, ich bringe Sie jetzt ins Bett. Komm, mein Schätzchen. Gibst du Mami ein Gute-Nacht-Küsschen? Ein Küsschen? Ein Küsschen? Das machst du doch. So ist es fein. Ich komme dann rauf und decke Sie zu. Vielen Dank, Muriel. Nacht. Gute Nacht, mein kleines Schätzchen. Ich komme gleich rauf, Mama. Marybeth, doch nicht mit den Händen. Sie mich nicht so an, Harvey. Ich kann nicht. Mama? Tante Christine ist da. Ich habe sie nicht angerufen. Mama. Ich muss gehen. Ich sage ihr guten Abend. Michael. Weißt du was? Wir beide gehen rauf und denken Alice zu. Wie geht es meiner Freundin? Nicht sehr gut. Hallo, Harvey. Hallo, Chris. Gute Nacht. Gute Nacht, Michael. Mama. Komm, ich gehe mit dir. Harvey hat gesagt, dass man nichts genaues weiß und dass sie... Ich weiß noch genau, wie er sich angefühlt hat, als er noch ein Baby war. Er war so stark. Er hatte so feste kleine Arme. Also, weißt du, er... Alice ist ganz weich, weißt du. Aber... Aber Harvey Juniors kleine Arme um meinen Hals war das Süßeste, was du dir denken kannst. Marybeth. Dann wurde er eine lange, dünne Bohnenstange. Aber er hatte Glück. Er hat zum Beispiel nie diese... Diese Jugendakne gekriegt. Er hat nie einen Pickel gehabt. Ich habe die gehabt. Und Harvey auch. Aber Harvey Junior nie. Wirklich nicht. Er wurde so ein langer Schlag. Lang und dürr. Aber sein Gesicht war immer rein. Charlie hat immer gesagt, Chrissy, mach dir so lange keine Sorgen, bis du genau weißt, du musst dir Sorgen machen. Wie war es eigentlich heute? Sag mal, wie war denn die Verhandlung? Ach, das ist doch jetzt nicht so wichtig. Nur hör mal zu. Solange du keinen unwiderliegbaren Beweis hast, klage nicht. Das ist Verschwendung von Energie. Bitte, deine anonyme Alkoholikerphilosophie kann ich jetzt nicht hören, okay? Was soll denn das heißen? Das sagt mir mein Verstand. Erst wenn... Erst wenn du es ganz sicher weißt, versuchst du damit fertig zu werden. Tust du mir einen Gefallen, Christine? Natürlich. Sprich bitte nicht. Ich möchte nicht sprechen. Okay. Lass mich einfach nur neben dir sitzen. Was meinst du? Mein Schatz, wir wissen gar nichts. Wir müssen hoffen und wir müssen glauben, dass sie Harvey finden. Als ich damals bei der Armee war, gab es auch Jungs, die vermisst gemeldet wurden und irgendwann marschierten sie ganz fröhlich wieder in die Kaserne. Sie waren vielleicht von der Kompanie getrennt worden, wurden falsch identifiziert oder sowas. Verstehst du? Chris ist gegangen. Michael, zieh bitte deinen Schlafanzug an. Es ist spät. Mama, Daddy sagt, sie finden Harvey sicher. Glaubst du, dass sie Harvey finden? Glaubst du, dass er wiederkommt, ja? Denkst du, dass er tot ist? Halt den Mund, halt den Mund, Michael! Du hältst den Mund, Marybess. Hast du verstanden? Ich warne dich, halt deinen Mund und leg nie wieder Hand an meinen Sohn. Hast du mich verstanden? Du hast gesagt, du willst spazieren gehen. Das war vor vier Stunden. Ich hab dich überall gesucht. Ich hab sogar die Leute unten geweckt, die jetzt in unserer alten Wohnung wohnen. Immer wenn wir ihn nicht gefunden haben, hat Harvey Junior sich hier oben versteckt. Ich dachte immer, er geht zu Ronnie Akin und das war sein Freund. Aber sein Lieblingsplatz war da beim Schornstein. Er hat's mir erst gesagt, als wir von hier weggezogen sind. Ich hab Michael in seinem ganzen Leben noch nie geschlagen. Aber irgendwie hab ich nie etwas dabei gefunden, wenn ich Harvey Junior mal einen Klaps gegeben hab oder so. Ich weiß, ich hab einmal, als er drei war und ich wegen eines Mordfalls Überstunden gemacht hatte, da bin ich nach Hause gekommen. Du hast noch gearbeitet und Mörle musste weg. Und ich, ich war total fertig. Und er, er wollte nicht einschlafen. Er wollte einfach nicht einschlafen. Da bin ich in sein Zimmer gegangen, da unten, weißt du, und hab ihn verhauen. Ich wollte das nicht. Ich hab's nicht gewollt. Ich, ich wusste nur einfach nicht weiter. Dann hab ich mich bei ihm entschuldigt, hundertmal. Aber den Ausdruck in seinen Augen, den werd ich nie vergessen. Gott bestraft mich jetzt dafür. Dafür und für all das andere. Komm nach Hause, Marybeth. Es ist nicht gut, wenn ich mit euch zusammen bin. Es ist nicht gut für euch. Nein, Harvey, fass mich nicht an, bitte nicht. Du könntest es auch kriegen. Ich, ich töte alles. Ich töte alles, was ich berühre. Hör sofort mit diesem Unsinn auf. Ich kann nicht aufhören und nichts aufhalten. Er ist vermisst, das heißt, er ist tot. Nein. Vermisst bedeutet, sie haben nur seine Leiche noch nicht gefunden. Das bedeutet vermisst. Gott hat mir meinen Sohn genommen, weil er mich bestrafen wollte. Das ist doch Wahnsinn. Ich wollte alles. Dich und die Arbeit und die Kinder und das Haus und das College für die Kinder und den Mikrowellenherd. Habgierig. Gierig wie die Frau des Fischers in der Geschichte, in dem Märchen, wo der Fisch zu ihr sagt, du hast drei Wünsche frei. Am Anfang, da will sie ein schönes Haus haben. Und dann wünscht sie sich schon ein Palast. Aber dann wünscht sie sich Gott zu sein. Peng. Und sie ist so arm wie am Anfang, Harvey. Sie wollte zu viel. Und das wollte ich auch. Und deswegen hat Gott mir meinen Sohn genommen. Niemand hat jemanden genommen, Marybeth. Alles, was wir wissen, ist, dass Harvey vermisst ist. Ich weiß es. Eine Mutter spürt das. Mein Sohn ist tot. Nein. Tot. Sag doch so etwas nicht. Es gibt Hoffnung. Es gibt Gebete. Tatsache ist, ich bin nicht mal zu seiner Abschlussfeier nach der sechsten Klasse gegangen. Ich habe ihn bestraft, als der Lehrer gesagt hat, er hätte abgeschrieben. Aber er hatte gar nicht abgeschrieben. Du, du, du und ich bin ich nicht mehr da. Was ist denn mit der übrigen Familie? Denkst du, du bist die Einzige, die Angst hat? Ich lasse nicht zu, dass du immer sagst, er ist tot. Geh wieder nach Hause, Harvey. Ich weiß, du bist gut und du lebst. Ich bringe dich vielleicht auch um, Harvey. Ich bin es, verstehst du das? Es ist etwas, etwas Bitteres an mir. Ich habe es getan. An mir klebt überall der Tod. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, Marybess, aber ich gehe jetzt zurück zu Michael und Alice. Ich brauche dein Gerede über den Tod nicht. Alle meine Kinder leben noch. Ich brauche dein Gerede über den Tod. Marybess, entschuldige bitte. Ich weiß, es ist sehr früh. Ich hoffe nur, ich habe nicht das ganze Haus geweckt. Ich war sowieso wach. Es ist zu schwer, alleine zu warten. Kann ich mit euch warten? Lass deinen Mantel lieber an. Es ist kalt. Das Feuer ist ausgegangen. Nein, nein, das macht mir nichts aus. Wie geht es dir? Geht es dir gut? Nein, weiß Gott nicht. Möchtest du einen Kaffee? Ja, und um ehrlich zu sein, ich brauche auch einen. Zwei Stück Zucker. Das weißt du noch. Wir haben uns bei einem französischen Filmfestival kennengelernt. Es gab einen ausgesprochen erotischen Film. Der Film hatte sie offensichtlich sehr erregt. Denn als wir später essen gingen, sprach sie dauernd davon. Sie hat mich dann gefragt, ob es mich auch so erregt hätte. Sie sprach sehr viel über Sex. Hat sie auch über etwas anderes gesprochen? Ja, sie hat von ihrem Vater geredet. Er war noch nicht lange tot und sie sprach davon, dass sie ihn sehr vermisst. Auch darüber, wie sehr ihr ein Mann fehlt. Sie sprach auch über ihre Probleme mit dem Alkohol. Jeder wird dir das erfreuen, über die Polizei. Vielleicht ist er Ihnen mal gefolgt. Würden Sie sagen, sie war verletzlich, was Ihre Gefühle betrifft? Sie enthüllte sozusagen ihre Seele vor mir. Sie ist ein sehr gefühlvoller Mensch. Einspruch, der Zeuge zieht eine Schlussfolgerung. Einspruch abgelehnt. Weiter, bitte. Gut. Sagen Sie uns, was dann passierte, als Sie mit ihr in Ihre Wohnung gekommen sind? Sie hatte überhaupt keine Hemmungen. Und sie war sehr verführerisch. Ich habe sowas noch nie erlebt. Sie hat mich vollkommen ausgezogen. Und was geschah dann? Dann gingen wir ins Bett. Es war nicht so gut, wie ich es erwartet hatte. Aber ich dankte ihr jedenfalls und sagte, dass ich jetzt gehen müsste. Ich hätte am nächsten Tag viel zu tun. Und wie reagiert das Sergeant Cagney darauf? Sie sagte, ich möge da bleiben. Sie sagte, ohne einen Mann könne sie die Nacht nicht überstehen. Aber ich sagte, ich kann nicht. Dann flehte sie mich an. Und dann wurde sie wütend. Und sie sagte, du hast mich ausgenutzt. Du bist wie all die anderen auch. Dann ging sie auf mich los. Wir kämpften, aber sie ist ziemlich stark. Aber irgendwie habe ich es dann doch geschafft. Und ich konnte gehen. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Mr. Gordon? Eißen Sie ihm die Zunge raus. Mr. Potter, ich bin überzeugt, dass alle es sehr dramatisch fanden. Aber als Sie das erste Mal vernommen wurden, klang die Geschichte doch etwas anders. Ich habe damals die Details nicht geschildert. Ich hatte die Absicht, uns beiden die Peinlichkeit zu ersparen. Tatsache ist doch aber, dass Sie behauptet haben, Sergeant Cagney war betrunken. Ja, äh... Tatsache ist aber auch, dass Sie später von einer Blutuntersuchung erfahren haben, die bewies, dass meine Mandantin nüchtern gewesen ist. Und aufgrund dieser Nachricht haben Sie Ihre Geschichte dann völlig verändert. Vielleicht habe ich mich diesbezüglich anfangs geirrt. Aber nur im Hinblick auf Ihre Probleme mit dem Alkohol konnte ich mir Ihr hurenhaftes Verhalten einigermaßen erklären. Mary Beth? Christine? Ja. Gibt es was Neues? Nein, nichts. Und wie geht's dir? Wie läuft deine Verhandlung? Ähm... Es geht so, man wird sehen. Wer ist denn bei dir? Muriel. Und Mr. Zibiski. Wer? Mein Vater. Gut. Das kann man sehen, wie man will. Ähm... Also ich komme, wenn hier alles vorbei ist, okay? Halt die Ohren steif, ja? Ja. Gut, also dann... Schön. Sie geben also zu, Alkoholikerin zu sein. Ich bin eine trockene Alkoholikerin. Ich bin bei den anonymen Alkoholikern und habe seit acht Monaten nichts getroffen. Aber bevor Sie zu den anonymen Alkoholikern gingen, hatten Sie Alkoholprobleme. Einspruch, das ist irrelevant. Wenn euer Ehren erlauben, der Grund für meine Fragen wird sich sehr bald zeigen. Fahren Sie fort. Antworten Sie bitte auf die Frage. Ja, deswegen bin ich ja hingegangen. Seit wann hatten Sie denn Ihre Trinkerei nicht mehr im Griff? Das weiß ich nicht genau. Hat Ihnen denn vor den Anonymen schon einmal jemand gesagt, dass Sie diese Probleme hätten? Ja. Und haben Sie demjenigen geglaubt? Nein. Das nennt man doch dann bei den anonymen Alkoholikern Selbstbetrug. Ja, das ist es auch. Die meisten Alkoholiker tun das. Sie haben sich also selbst etwas vorgemacht, eine Zeit lang. Sie haben sich geweigert, sich einzugestehen, dass Sie Alkoholprobleme hatten. Stimmt das? Ich nehme es an, ja. Und jetzt wollen Sie es nicht zugeben, dass auf Ihre Initiative hin mein Mandant mit Ihnen geschlafen hat? Das ist eine Lüge! Er hat mich vergewaltigt! Tja, wenn die Zeiten gut sind, danke. Dann rauschen die Aufträge herein. Und dann wieder kannst du fast kaum Kurs anmelden. Ja, ich weiß. Uns hat der Börsenkrach letztes Jahr fast in die Knie gezwungen. Wir fangen gerade an, uns wieder zu erholen. Ich habe vorige Woche erst mit Harvey Junior darüber gesprochen. Ach ja? Wir haben auch viel über dich und Mary Bess gesprochen. Und? Na, euch müssen die Ohren geklungen haben. Er hat gesagt, dass euch beide sehr lieb hat. Ihr habt ihm viel Gutes mit auf den Weg gegeben. Entschuldige bitte. Er ist ein anständiger Kerl. Es ist die Hölle für Sie. Das ist es für uns alle. Ja. Er hat Sie also niedergezwungen. Warum kamen Sie nicht auf die Idee, Widerstand zu leisten? Ich sage es jetzt zum hundertsten Mal. Er hat damit gedroht, mich umzubringen. Er war aber doch nicht bewaffnet. Aber Ihre Waffe lag in einem kleinen Schrank in der Nähe. Er war sehr stark. Und ich hatte den Entschluss gefasst, nicht mein Leben zu riskieren. Hatten Sie das Gefühl, vergewaltigt worden zu sein, als Mr. Potter Ihre Wohnung verließ? Oder haben Sie sich erst später dafür entschieden, das zu behaupten? Wenn Sie vergewaltigt werden, dann wissen Sie das. Nehmen wir mal an, jemand bricht in Ihr Apartment ein und Sie erwischen ihn, als er gerade weg will. Würden Sie dann nicht mit Ihrer Waffe hinter ihm herlaufen? Ich vermute, das würde ich tun. Aber als Mr. Potter ging, haben Sie nichts unternommen. Vielleicht begreifen Sie den Unterschied zwischen einer Vergewaltigung und einem Einbruch. Abgesehen von dem Schock und dem Trauma gibt es noch einen wichtigen Unterschied. Und zwar in der Art, wie man die Opfer behandelt. Ich war mir noch nicht klar darüber, ob ich bereit war, die Demütigung und die Kränkung zu erdulden. Die einen erwarten, wenn man über Vergewaltigung berichtet. Das heißt also, die Furcht vor unserem Gerichtssystem, hat Sie davon abgehalten, Ihre Waffe zu holen? Wenn ich ihn erschossen hätte, wären Sie dann zufrieden? Wären Sie es. Der Mann gehört ins Gefängnis. Keine weiteren Fragen. Mr. Gordon? Sergeant Cagney, Sie wussten, was es Sie kostet, dieses Verbrechen zur Anzeige zu bringen. In Bezug auf Ihre Karriere, im Hinblick auf die Öffentlichkeit. Es ist auch unangenehm, vor Gericht zu stehen, selbst wenn man das Opfer ist, nicht wahr? Es war mir schmerzlich bewusst, was mich dieser Schritt kosten würde. Und obwohl Sie das alles gewusst haben, waren Sie doch bereit, Anzeige zu erstatten. Können Sie uns sagen, wieso? Ich dachte an all die Frauen, die ich versucht hatte zu beruhigen, indem ich ihnen etwas vormachte. Ich habe ihnen gesagt, es sei gut, wenn sie als Zeugin aussagen würden. Und dann dachte ich auch an meine Karriere. Denn solange ich überhaupt arbeite, werde ich bei der Polizei arbeiten. Und ich weiß nicht, wie ich je wieder eine Frau darum bitten soll, auszusagen gegen den Schweinehund, der sie vergewaltigt hat. Wenn ich nicht den Mut habe, selbst durch diese Hölle zu gehen. Was willst du von mir? Ich gebe dir alles, was ich habe. Aber gib mir bitte mein Kind zurück. Michael. 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 Christa Star. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn Harvey Junior mich in Arizona besuchen wird. Ich kann es kaum erwarten. Ja, das wird sicher schön, schön für Sie beide. Entschuldigen Sie bitte. Immer noch nichts. Der Staatsanwalt hat aber gemeint, heute noch. Na ja, macht nichts, Christine. Es ist wichtig für dich, für deine Karriere, für deine... Mary Beth, Mary Beth, bitte nein, denk gar nicht darüber nach, hörst du? Die rufen mich an, wenn die geschworen in so weit sind. Wie geht es dir? Wie kann es uns schon gehen? Wir hoffen auf das Beste, Sergeant Keckney. Du weißt doch, was Hoffnung ist, Christine. Es ist das, wovon die kleinen Kinder vor Weihnachten leben. Nein, es... Nein, ich meine es ernst, Harvey. Hoffnung ist ein Ding mit Federn. Das lernte ich auf dem College, statt bei meiner Familie zu sein. Ich habe es gehasst, dieses Gedicht, Hoffnung ist ein Ding mit Federn. Es fliegt davon. Du weißt, was ich meine, Mr. Zbiski. Das habe ich nicht gemeint. Vergiss das mit der Hoffnung. Das hilft dir überhaupt nicht. Ich gehe und mache Kaffee. Wir brauchen frischen Kaffee. Entschuldige mich. Eine schwere Zeit für dich. Könnte kaum schwerer sein. Ich habe gedacht, ich wäre tapferer. Ich dachte, ich wäre so... so stark. Und ich dachte auch, ich wäre eine gute Mutter. Mary Bess. Das war immer das Wichtigste für mich. Eine gute Mutter zu sein. Du hast dein Bestes gegeben in jeder Situation. Das reichte aber nicht. Kein Mensch konnte mehr von dir verlangen. Es hat nicht ausgereicht. Diese Selbstvorwürfe führen nirgendwohin. Das habe ich inzwischen gelernt. Sie lähmen dich nur. Also denk nicht mehr daran. Es zerstört mich, Chris. Ich weiß. Ich weiß das. Aber trotzdem, Mary Bess, so viel Macht hast du nicht. Du hast nicht gewollt, dass das passiert. Weißt du noch Jackie Kennedy und ihr kleines Pillbox-Hütchen? Das blutbefleckte Kostüm? Sie stand da, aufrecht und groß. Weißt du das auch noch? Sie ist nicht etwa umgefallen. Und sie sah so würdig... Es reicht, sei still. Harvey Junior lebt, bis das Gegenteil bewiesen ist. Ich weiß aber, was ich sage. Nein, das weißt du nicht. Charlie hatte vollkommen recht. Solange nichts unterschrieben, besiegelt und geliefert ist, solange darfst du nicht daran denken. Ich will dich nicht beleidigen, Christine. Aber dein Vater war nicht gerade das, was die Welt als Waisen bezeichnen würde. Das stimmt. Mein Vater war nicht vollkommen. Und das ist deiner auch nicht. Also was ist jetzt? Er ist Harvis Großvater. Gib ihm endlich seine Chance. Hör bitte auf, Christine. Er hat eine Chance verdient. Ich habe mit ihm geredet. Hör auf, ich will das nicht hören. Du hast kein Recht, mit Mr. Zibisky zu reden. Was soll das überhaupt, Mr. Zibisky? Er ist nicht der Brieffreund von deinem Sohn. Er ist Dad. Er ist Papp. Er ist Vater. Und ob du es nun zugibst oder nicht, ist völlig egal. Er ist dein Vater. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Irgendwann musst du ihm vergeben, Mr. Zibis. Du kannst doch unmöglich immer so weitermachen. Er hat auch versucht, in jeder Situation sein Bestes zu geben. Genau wie du. Es ist zu schwer. Versuch es doch. Als er mich verlassen hat, da war es so, als als ob eine große Tür zugeschlossen wird. Und ich habe mein Leben lang versucht, sie aufzumachen. Aber es ist mir nicht gelungen. Und genau dagegen kannst du jetzt etwas tun. Sie meinen, ihr beide braucht einander jetzt mehr denn je. Ich kann nicht. Ach bitte, Marybeth. Versöhn dich mit ihm, bevor es zu spät ist. Ich weiß, wovon ich spreche. Es gibt so vieles, was ich Charlie noch kennen, sagen würde. Hallo? Ja. Nein, noch nicht, Lieutenant. Danke. Ja, sie ist hier. Chris, es ist für dich. Danke, Harvey. Ja? Ja, Lieutenant. Ja? Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Ja, gut. Ich rufe Sie später nochmal an. Wiederhören. Es ist vorbei. Schuldig. Oh, das ist wundervoll. Dieser Mistkerl geht ins Gefängnis. Das hast du gut gemacht, Chris. Ja, das Dach ist immer noch nicht ganz fertig. Und da halt dieser Kaminabzug. Naja. Ein Haus ist nie ganz fertig. Also, ich finde, dass Harvey und Mary Bess es sehr gut gemacht haben. Naja. Ich, ich räume mal das Geschirr weg. Lass mich das machen. Mr. Martin, willst du mir vielleicht helfen? Es würde mich freuen. Entschuldige. Der Kaffee ist im Tiefkühlfach. Martin. Besser als Mr. Zibiski. Es wird eine Weile dauern. Bis dahin fließt noch viel Wasser den Bach hinunter. Das ist wirklich eine dumme Redensart. Sieh mal. Natürlich fließt Wasser den Bach runter. Was soll das Wasser denn noch anderes machen? Du hast sicher recht. Ich meine, wir haben über so vieles zu reden und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Mary Bess, ich weiß, was ich dir angetan habe. Als ich deine Mutter damals verließ. Und wenn ich nochmal in dieser Lage wäre, würde ich sicher anders handeln. Wir kriegen leider keine zweite Chance. Manchmal schon. Ich kann nie wieder der Daddy sein, den du gebraucht hast, als du acht warst. Das weiß ich. Aber ich kann der Vater sein, den du jetzt brauchst. Jetzt sind wir schließlich beide erwachsen. Es ist ein großes Glück für mich, dich als Tochter zu haben, Mary Bess. Aber ich habe Angst. Wovor hast du Angst? Ich werde dich nie wieder verlassen. Ich schwöre es. Nie wieder. Mary Bess. Ja. Bitte sei meine Tochter. Du hast schöne Haare. Harvey Junior hat deine Haare. Die hat er von dir. Mama hatte dünnes Haar wie feine Federn. Aber Harvey Junior hatte schon kräftige Haare, als er geboren wurde. Als Baby, da habe ich ihn gebadet und dann habe ich ihn eingepudert und dann habe ich ihm seinen kleinen Schlafanzug angezogen. Und dann habe ich versucht, ihn zu kämmen. Da hat er mein Mordstheater gemacht. Schöne Haare wie deine. Hallo, mein Sohn. Ja. Musik Musik